Ihr werdet kippen! Warte! Nicht davor halten! Nicht davor halten! Die Kraft und Technik versteckt in dieser Orden. Ich darf weder Stimmen zu sein! Doch die Isolation tat ihm nicht gut. Deshalb führte ich verschiedene Experimente durch, um ihm zu helfen. Nach langen und schmerzhaften Operationen bekam ich leider nicht das gewünschte Ergebnis. Rex wurde immer aggressiver, besonders in der Nacht. Gott hört mich ein blutwistiges Gewohnheit. Mein treuer Freund war längst verloren. Sein Platz nahm eine Bestie ein. Ich habe versucht ihn einzusperren. Aber eines Nachts blauchte er aus und da geschah es. Jetzt reden und andere zusammen. Nein. Es ist wichtig, diese mit allen Tieren. Was? Es gibt viel Geld. Ja. Es gibt viel Geld. Ja. Und jetzt geht es darum, sucht irgendwelche Sachen. Sucht hinweise sucht Schlösser. Nach meinem Schraubsauger. Sanktlos. Das ist ein schönes, schönes Rohr. Ich schau auf jeden Fall alle Schwestern, die einen Kohl haben. Ich habe eine Sicherungsüberfolgung. Cool oder sowas. Dann legen wir das zusammen. Die gehört dort rein sicher zu den Drähtern. Die haben die Leute schon angezogen. Sie haben das mit schon ausprobiert. Da ist auch etwas zugezogen. Das wird noch etwas neu. Das wirst du sicher herausnehmen müssen. Der Unterschied ist, die Frage ist in welcher Reihenfolge. Das müssen wir dann da dran halten. Ja, eins beizitieren. Park. Ich mache das jetzt mit Jugo-Variante. Ja, also müsste das das Nächste sein. Nein, das hat sie gewartet. Ja, aber unser Computer ist kaputt. Nein, noch nicht. Dann startet sie nochmal neu in Zwischung. Ja, den Fernseher schaltet. Ach so. Ein Schlüssel. Schlüssel und ein Ball. Wir haben noch einen Baum. Oh, Licht? Ja, Zombie. Da steht R2 drin. Alles abhängen. Ja, genau. Da ist ein Schloss. Geh mal her. Ja, für den Tisch. Für den Tisch. Ja, da ist auch noch ein Schloss. Hint auf! Hint auf! Robo! Wo? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wir haben Macken und wir haben einen Spiegel. Oh, Spiegel! Wir haben da auch schon reingeschaut. Da haben wir noch eine Mappe. Schau, da ist was mit dem Roboter. Die Batterien rausnehmen, oder? Oh Gott, hier ist ein Schaltplatz. Um Gottes Willen. Hat der Schlüssel? Ja, wir glauben schon. Ja, wir haben ein paar Schlüssel. Da gibt es nur die Schlüssel. Was ist der Schlüssel? Was ist der Schlüssel? Was muss ich? Nichts. Er sagt es uns, weil das nicht funktioniert. Ach so. Also wir haben jetzt dieses P, P, 4, R, K und Infinity Cup. Ja. Leute? Ja, das haben wir schon gehabt. Ach so. Ich habe noch eine Schlüssel gefunden. Das hier. Wenn du das jetzt anbaust, mit diesem Extrasprich, wird es eine 8. Du meinst so Puzzle-mäßig? Ja. Wir brauchen einen zweiten Spiegel. Okay, wir suchen einen zweiten Spiegel. Stop. Yeah! Spiegel! Und die sollen wir sammeln. Also, wir haben noch ein Boot. Setz ich mal hin und schlage noch rein. Ja, da muss ich doch klein noch. Achtung! Und wir haben den Code, geht es schon um die Weintrische? Yes! Okay Leute, wir haben einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Türschneller. Die Batterie. Wir haben einen Schlüssel für Perman. Darf ein Tisch für Perman? Yeah! Uh! Wer löst? Grüß dich! Achtung, DVD! Da funktioniert das CD drauf jetzt nicht. Was sollen wir mit der CD machen, wenn der Computer nicht funktioniert? Ah ja, schauen wir mal, wer da fährt. Und da ist auch ein Pickerl, also geht das Rätsel weiter. Gib mal die Tür schon alle her, sperr mal auf da. Yeah! Und noch ein Code. Wir brauchen noch einen Code. Und was haben wir da? Oh, schaut mal. Ui! Taschenlampe ist hier drinnen verboten. Macht es jetzt mal ganz dunkel. Da ist ein Schloss. Licht an, Leute! Wir haben es nicht ausgemacht. Wir haben es auch nicht angebracht. Taschenlampe, gell? TV? Ja. Was ist richtig? Ein DVD-Player. Ach, das ist gut. Es dreht sich. Jetzt müsst ihr was tun. Am Fernseher? Wir brauchen die Fernseher. Brauchst du nicht. Da. Ach, das Bild, das ist da drinnen. Da. Tasten. Tasten, Tasten. Schau, sie haben das. Das brauchen wir. Ja, chill. Wir stehen ein bisschen an. Ist dieser letzte Dings der Code für den Safe? Welche Code? Der mit der Mappe und mit dem Fernsehen. Muss man das zusammensetzen? Ah, die Endlosschleife ist schon laufen. Doch, die Endlosschleife war schon laufen. Die Endlosschleife war schon laufen. Ah, das muss man dann zu finden. Drehst du um? So, wenn er umgekehrt. Ah, da. Jetzt hat's was. Los, 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 los. Wir haben keine Zeit mehr. Yes! Da kommt die Sicherung. Ja, ich hab sie hier. Versuch mal. Olé, 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 olé. Tschau. Tschau. Tschau.